Wenn bei Bornholm die rote Sonne im Meer versinkt, und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Taucher mit den U-Booten aufs Meer hinaus, und sie führen eine streng geheime Mission dort aus. In der Ferne, da tauchen sie an das Fundament einer russischen Gasleitung, die ihr ja sicher kennt, und sie kleben Sprengstoff Böller angeschwingt. Niemand weiß, wer sie sind. Böller, 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 Havari, in der Pipeline sind wir lecks morgen früh. Böller, 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 Havari, wer waren Sie? Das erfahren wir nie. Das erfahren wir nie. Oh, oh... Oh, oh.